So, der Transporter ist jetzt gerade hier in unserer Auffangstation angekommen und wir laden jetzt gerade alle Hunde ein und dann fährt er eben schon mit den Hunden und den zwei Katzen an den Pekinger Flughafen und wir folgen dann später. Hier werden gerade noch die letzten Boxen zusammengebaut. Hier steht hier einmal die französische Organisation, zu denen die Hunde gehen. Floet und Alice. Dann haben wir hier einmal den Christoph. Die sind alle eben aus Frankreich gekommen, um die Hunde einzupacken. Und hier seht ihr schon die ersten glücklichen Frick, die es jetzt beim gleichen Peking an den Flughafen geht. So, dann haben wir den nächsten, das ist die Lotter. Lotter? Insgesamt werden neun Hunde und zwei Katzen nach Frankreich gehen und wir nehmen dann noch zwei Hunde mit nach Deutschland. Das heißt, wir konnten uns jetzt organisieren, dass insgesamt 13 Hunde und zwei Katzen nach dieser Reise dann endlich in Europa sind. Und die französische Partnerorganisation wird dann eben ihre Hunde bei sich in Frankreich vermitteln und wir eben vier von uns bei uns in Deutschland. Und dann haben wir quasi so gut wie alle Hunde eigentlich aus China rausbekommen und gerade auch in Frankreich werden, die, so wie mir erzählt wurde, relativ schnell ein Zuhause finden. Den letzten, der nach Frankreich geht. Der andere war schon in Peking am Flughafen, die eben auch nach Frankreich gehen werden. So, die zwei Katzen sind jetzt auch da noch gekommen. Und hier seht ihr nochmal die Hunde, die nach Frankreich gehen werden. Das war eine relativ kurze Reise, aber gerade auch für die Franzosen das allererste Mal China. Und dann hat sie aber eigentlich auch die Hunde rausbekommen, den Franzosen hier auch einfach an unsere Aufmerksamkeit zu zeigen. Und ja, am Ende ist eigentlich die Reise schon wieder. Für uns geht's jetzt dann auch gleich zurück an den Pekinger Flughafen. Und ja, wie immer vielen Dank für eure Unterstützung, ohne die wir das Ganze nicht machen könnten. Und wir melden uns dann auf jeden Fall von Deutschland aus wieder, wenn alles geklappt hat und die Hunde gut angekommen sind. Bis dann. Bis dann. Bis dann.